Erneut. Diese Mission, die hat es echt in sich. Das muss ich schon sagen, es hat es echt in sich, das Ding. Angriff. Holen. Bogenschützen, hier drauf. Sofort. Hier, hier drauf. Hier, nach hinten. Hier, hier vor. Oh, jetzt ist Gengis Khan. Du, Khan, du bleibst hier. Gestalten. Hier geht es nach vorne. Hier geht es nach vorne. Schützen, hier hoch. 50 von 100. Okay. Danach werden wir gleich den hier versuchen, oder? Den hier werde ich versuchen, glaube ich, eher. Den kriege ich eher noch früher hin. Und den hinten greife ich an. Aha. Halt. Ich wollte hier noch verkaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du schickst mir Stein. Einmal. Oh Gott. Ich brauche viel Stein. Okay. Den kann ich den gleich, den hier angreifen lassen, vielleicht. Mal schauen. Wobei, der hat schon 180 da angriff. Aber gut, das sehen wir jetzt auch gleich. Noch zehn. Von dem vorne mache ich es klar ein. Ich wollte Stein verkaufen. Ich brauche mehr Stein. Jetzt automatisch hier mal aufhören, kurz. Hier alle mit her. Die hier vorne hin. Die kommt da hinten hin. Gut, die machen da vorne zum Beispiel schon mal bei Slera Dau. Das ist sehr gut. Ich werde angegriffen. Der schickt mir immer noch Stein. Okay. Dann probieren wir den mal weiterhin. Uns fehlt noch ein bisschen Stein. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen noch, bis der fette Angriff kommt. Jetzt hat er. Passt. Langt. Ah, der ist schon wieder weg. Super. Das ging schnell. Den da versuchen wir jetzt mal. Okay. Ich glaube nicht, dass wir den da vorne noch schaffen. Aber gut. Auch gleich beide. Aber er hat zum Beispiel ein bisschen aufgehalten. Den greifen wir an. Wobei, ist das so klug, dir gar nicht zu kämpfen? Ich weiß noch nicht. Ah, wobei. Ne. Okay, gut. Das war falsch. Das war ein Fehler. 80, 80. Okay. Das ist ein paar Mal weg. Da, einmal bitte. Ja, perfekt. Drei Minuten noch. 110, 80. Den können wir gleich wieder einfordern. Komm schon, 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 komm schon. Okay. Der überlegt sich's gerade wieder. Oh, schau mal, ob der dann recht zeigt. Ah, der will zu früh hinschießen. Ein sehr interessantes Angebot. Ich werde angegriffen. Mhm, ich weiß. Der Feind nähert sich. So. Ah, wobei. Okay, da hinten mal bis hin. Genau, da hinten den da angreifen. Da hinten ist ein Loch. Damit sie da nicht durchgehen, ich muss es gar nicht verstehen. Ah, ha, 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 ha. Hallo. Das ist der erste Mal zerstört. Das ist für euch die größte Gefahr. Wir werden angegriffen. Gut. Wir verbrennen jeden, der sich nähert. Feuert die Feuerte. Mh. Angriff. So. Kann ich euch eigentlich auch schon geschicken? Ich glaub schon. Das war es mit der Verteidigung. Nun kommt der Angriff. Mh. Mh. Wir haben es durch die Mauer geschafft. Das Herz der Yin-Dynastie liegt vor uns. Ja, warte, mich aber. Eine Nachricht von Genghis Khan. Keine Mauern halten den mongolischen Horden stand. Eine nach dem anderen. Noch ein bisschen. Dann haben wir den gleich. Ähm. Mh. Mh. Runter. Den da vorne. Den da angreifen. Gehorsam fordern. So, da bereiten wir jetzt einen Angriff schon mal vor. Ähm, ihr hier, hier schon mal hin. Genau, hier so hin. Ihr hier hin. Ihr hier hin. Da hin marschieren. Hier hin marschieren. Komm, ich brauch nur ein paar Punkte. Vier Punkte noch. Du Angriff auszunehmen auf den da. Wir haben nicht so viel Zeit. So. Und zurück. Da kommt die Armee. Du gehst da hinüber. Und sobald da drüben bist, greifst du den da vorne an, den Turm. Du gehst hier hinüber. Da hin. Ähm. Du. Komm ich mich hier hin. Leid nicht da hin. Ah ja, mach mal da hin. Äh. Ampo schützen. Da. Hier hoch. Gut. Ähm. Hier hin. Erks hat. Du. Aber nein, 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 nein. Da hängen. Genau. Greifst du mal den da drüben an. Ich brauch den schnellen. Da. Hier hoch. Ah, flott. Gut. Da vor. Hier hin. Den da angreifen. Ähm. Die greifen mir sofort den Turm hier hin an. Hier rein. Ampo schützen auch hier rein. Und zwar... Raketenwerfer wartet auf Befehle. Eine Nachricht von Genghis Khan. Nur die Schwachen suchen Schutz hinter Bordmauern. Zu mir. So. Und zwar... Ja, passt so. Ihr. Auch hier. Ähm. Ihr. Ihr. Habt jetzt einen neuen Herst. Das ist toll. Angriff. Der ist mir gerade abhandengekommen. Der Typ da hinten. Halt. Stopp. Äh. Du. Hier hoch. Hä? Ah, das sind meine Männer. Deswegen. Äh. Muss ich den jetzt echt nur einnehmen? Ach, scheiß drauf. Sag mal, meine ganzen Bogenschütze sind schon tot. Ja. Meine Bogenschütze sind tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Ah, ich geh hoch. Okay. Alter, jetzt wird's eng. Hier hoch. Scheißegal. Es ist not, was die Leute mit hoch ist. Mir ist sowas dann egal. Wir haben noch eine Minute Zeit. Kommt's da schon. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Sieg. Sieg. Endlich. Alter Schwede. Nee. 205 Truppen getötet. 89 verloren. Die Chin haben 52 getötet. Okay. Oh. Ich hasse sowas. Mmm. Vielen Dank.